Die Top 5 schlechtesten Lieblingsfilme, die man haben kann. Nummer 5, The Dark Knight. Der Film wird getragen von der schauspielerischen Leistung von Heath Ledger. Gott habe seine Seele gnädig, aber ein einziger Schauspieler macht aus diesem Film keinen guten Film. Ich finde die Story banal und wenig originell. Ich bin allgemein kein Fan von Superheldenfilmen, aber der beste ist ganz klar Spider-Man 2. Nummer 4, Fight Club. Fight Club ist ein guter Film, sogar besser als das Buch. Aber die Weisheit, mit der sich der Film schmückt, reicht höchstens aus, um 16-Jährige zu beeindrucken. Wir alle hatten einen Moment der Erleuchtung mit dem Film, aber der Glanz verblasst sehr schnell. Nummer 3, Citizen Kane. Wenn Citizen Kane dein Lieblingsfilm ist, möchtest du deinen Freunden zeigen, wie gut du dich mit der Geschichte des Films auskennst.